Von Djerba kommend fahren wir zur Grenze nach Libyen. Eine gut ausgebaute Straße führt uns über Nalud nach Gadamis, zur ehemaligen legendären Drehscheibe des Karawanenhandels. Es folgt eine mehrtägige Reise durch eine faszinierende Wüste. Von Gad aus, dem Zentrum der Tuareg, besichtigen wir Felszeichnungen und den Mandarasee. Auf der Rückreise besuchen wir Sabrata, eine der schönsten Ausgrabungsstätten der Welt. In Djerba bleiben wir dann noch zum Relaxen. Auf unserer Reise durch die libysche Sahara werden wir begleitet von einer Gruppe Enduro-Fahrern. Libyen ist fünfmal so groß wie Deutschland. Über 90 Prozent des Landes ist Wüste. Hier in Nalud bekommen wir den ersten Eindruck der Ursprünglichkeit. Stein- und Sandwüsten zeigen sich abwechselnd. Autowracks säumen die Straße. Wir wollen nach Gadamis, zur ehemaligen legendären Drehscheibe des Karawanenhandels. Die verlassene Altstadt steht unter Schutz der UNESCO. Die teilweise überdachten Gassen mit den gemauerten Bänken waren als ruhige und schattige Versammlungsplätze beliebt. Heute beginnt eine mehrtägige Reise durch das Wüstenzentrum. Mohammed, unser Führer, hat eine sehenswerte Route ausgewählt. Landkartenmaterial gibt es nicht. Das Gelände ist gut zu befahren und wechselt jetzt stetig. Nach markanten Felsen und den ersten Dünen passieren wir ein Gebiet, das einer Mondlandschaft ähnelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Es beginnen schwierige Dünenüberquerungen, die Sahara ist tückisch und unberechenbar. Doch unser Fahrzeug ist bestens ausgerüstet. Die Temperaturen von Oktober bis März sind tagsüber mit nur 25 Grad erträglich. Sonst erreichen die Temperaturen 55 Grad. Ein paar Autostunden weiter, die auf einmal ungewöhnlich veränderte Landschaft mit den grünen Büschen. Immer wieder ein Erlebnis, das Betrachten des Sonnenuntergangs in der Wüste Sahara. Eiskalt war wieder die Nacht in der Sahara. Ein Naturschatz mitten in der Wüste. Wasser. Ein Brunnen mit Pumpe ist vorhanden. Hier lässt sich endlich wieder einmal verschwenderisch Körperpflege betreiben. Die Benzinpumpe ist defekt. Mit einem Benzinkanister auf dem Autodach und einer Schlauchverbindung wird das Problem gelöst. Man stelle sich vor, wir befinden uns mitten in der trockenen, wasserlosen Sahara. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm, kein Tier. Nicht einmal ein Insekt. Libyens Wüstenlandschaft sucht ihresgleichen. Goldgelbe Dünenkämme, endlos bis zum Horizont. Ein unvergesslich schönes Erlebnis. Das Akakusgebirge, da wollen wir hin zu den Felszeichnungen. Gart, die einzige Oase im Südwesten Libyens, das Zentrum der Tuareg in dieser Region. Es scheint, als wäre es eine Reise in die Vergangenheit. Die verschachtelte Altstadt mit ihren Lehmbauten ist vom Verfall bedroht. Das Mauerwerk ist der zerstörerischen Kraft salzhaltiger Feuchtigkeit ausgesetzt. Den Kindern gehört die Zukunft. Vor der Revolution konnte nur jeder zehnte Libyer lesen und schreiben. Heute geht jedes Kind zur Schule, auch alle Mädchen. Die Tuareg haben als einzige in Libyen ihre kulturelle Identität bewahrt. Die Frauen gehen unverschleiert, deren Männer sind gezwungen, sich zu verschleiern. Die Frauen gehen unverschleiert, deren Frauen sind gezwungen, sich zu verschleiern. Es gibt nichts Schöneres, als an einem geschützten, wildromantischen Platz zu campen. Hier gab es ausreichend Holz fürs abendliche Lagerfeuer. Ein Land voller Leben, zeigt das Felsbilderbuch der Frühgeschichte. An diesem Felsen offenbaren sich regelrechte Schätze. Die ältesten Darstellungen sind etwa 10.000 Jahre alt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bäckereien haben nur ein kleines Verkaufsfenster. Es gibt nur Weißbrot. Das Lebensmittelangebot ist überall zu flühen stellend. Alkohol und Schweinefleisch fehlen gänzlich. Die Auswahl von Obst und Gemüse schwankt von Ort zu Ort. Ein weiterer Höhepunkt erwartet uns. Der Mandarasee. Mitten in der Wüste. Ein Naturwunder. Die Einwohner von den Dörfern am Mandarasee wurden von der Regierung aus ihrem Siedlungsbieten zwangsevakuiert. Man spricht wegen Armut der Bevölkerung am See. Ihre einzige Einnahmequelle war der Verkauf von Natron, das aus dem stark salzhaltigen See gewonnen wurde. Ein Touareg bot uns Silberschmuck als Souvenir an. Er war der einzige Händler, dem wir begegneten, denn eine touristische Infrastruktur gibt es hier noch nicht. Das ist ein Hochtaus. Das ist ein Hochtaus. Boah. Das ist ein Hochtaus. Das ist ein Hochtaus. Musik Hier gibt es noch mehrere Seen. Denn ihre genaue Zahl und Lage ist auch heute noch nicht bekannt. Der See Umelma. Umelma bedeutet Mutter des Wassers. Ein Paradies mitten in den Dünen. Ein Paradies mitten in den Dünen. Ein Paradies mitten in den Dünen. Wir fahren zurück zum Mittelmeer. Musik Langsam weicht die Wildnis den zarten Grün. Nur drei Prozent des Landes kann landwirtschaftlich genutzt werden. Musik Hier in Sabrata finden wir eine der schönsten Ruinen und Ausgrabungsstätten der Welt. Das Theater. Ein Höhepunkt der römischen Architektur. Die Stadt war reich und zeigte es auch. Die Ausgrabungsstätten von Sabrata sind als World Heritage Site unter UNESCO-Schutz gestellt. Dies sagt bereits viel über ihre Bedeutung. Trotzdem finden noch recht wenige Besucher hierher. Musik Wir bleiben noch in Djerba zum Relaxen. Musik 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 Musik